Guten Morgen ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und das wird diesmal, ich glaube, etwas kürzer, wenn nicht, dann schneide ich es etwas kürzer. Es wird auf jeden Fall so einen Tagvlog geben, also so wie bei Maren und Tobi, nur, ja, ich mach das ein bisschen anders da. Aber ich nehme euch heute mal mit, einfach mal so, just for fun, um zu gucken, wie ihr drauf reagiert und ich hoffe, ihr reagiert echt gut drauf und, ja, wir sehen uns dann halt gleich, ne? So sieht das momentan aus, aber ich werde nicht alles hier mit aufnehmen, weil, ja, da gibt es Nummern, die sind ziemlich privat und diese Nummern werde ich auch dementsprechend jetzt noch gleich rausschneiden. Oh, man sieht ja meine Kamera, hallo, also bis gleich. So, es sind wir gerade in der Stadt, ich zumindest, und wir haben es jetzt 9 Uhr, 22 Minuten fährt dann mein Bus, äh, mein Zug, mein Bus, sage ich schon. Ich glaube, man sieht es ja gar nicht, aber es floggt, es floggt, es floggt und da ist der Max, genau da. Schreibt mal, hallo. Hallo. So, ihr Lieben, wartet mal, ich zeige es euch jetzt mal. So sieht die Uhr aus. Es ist eine hässliche Uhr. Es ist halt eine hässliche Uhr. Und ich möchte mich dann wieder, wenn wir nicht hin, wenn wir im Zug gucken. So, jetzt sind wir gerade im Zug. Und es schneit draußen. Sieht man so gut wie kaum, da habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, gerade eben, hier hat man es gesehen. Es schneit. Nee. Ich will nicht, dass es schneit. Ich will Sonne. Ich will Wärme. Und was sagst du dazu? Sonne und Wärme. Nee. Keine Sonne. Warum nicht? 1000 Jahre Finster nächstes. Ich will aber nicht 1000 Jahre Finster nächstes. Ich will Sonne. Na gut. Ich nehme mal nur noch die Fahrt für euch mit auf. Ja. Was? Hast du was dagegen, dass ich vlogge? Guckst aber so. Er hat was dagegen, dass ich vlogge. Mein Pony ist eindeutig zu lang. Erneutig. Erneutig zu lang. Jetzt sag ich nur noch Bye-bye, Jaschafenburg. Tschüss. Bis später. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich zeig euch jetzt mal unsere Sicht. Moment. Das ist jetzt bei sich drauf. Du machst YouTube. Das ist so lächerlich. Oh mein Gott, du bist so ein Pfeifer. Schau dich doch mal an mit deinen komischen Flecken im Gesicht. Bah, bist du ekelhaft. Du hast fast gar keine Abonnenten. Wie wär's, wenn du mit YouTube einfach mal aufhören würdest? Shirley, ich hoffe, es ist für dich okay, dass ich so einen Bruchteil mit aufgenommen habe. Ich frage dich dann aber nochmal über Facebook. Ich weiß ja, wie du heißt. Und Leute, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst, was ihr mit uns YouTubern veranstaltet? Weil, ich bin mir zu 100% sicher, dass Shirley auch mal arbeiten geht. Donja ist zwar selbstständig. Sammy ist zwar selbstständig. Lamia ist zwar selbstständig. Aber was hat Tobi dann am Anfang gemacht? Er war auch am Anfang erst nur arbeiten. Und hat für sein Geld geschuftet. Ihr liebe Leute, das geht echt gar nicht. Ich hab mir dieses Video gestern mindestens 5-6 Mal angeguckt. 5-6 Mal. Und jetzt werde ich immer meinen Sinn dazu geben. Weil es kann es nämlich nicht sein, dass ich auch dafür gehatet werde. Nur weil ich mit YouTube angefangen habe. Versteht ihr, was ich meine? Es ist euch doch vollkommen egal, wie es uns dabei geht. Wenn ihr sowas schreibt. Zum Beispiel wie, du hast so wenige Abonnenten. Wie wäre es denn immer, wenn du mit YouTube aufhören würdest? Oder du bist so hässlich, löscht dich aus YouTube, bla bla bla. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr uns nicht angucken wollt. Wenn ihr uns einfach nur damit verletzen wollt. Dann habt ihr selber mit euch selbst ein Problem. Dann habt ihr da draußen mit euch selber ein einziges großes Problem. Nur welches, true story I'm sorry, kann ich nicht sagen. Weil das müsst ihr nämlich wissen und nicht wir. Und ich sag es jetzt noch einmal. Sortiert die Leute aus, die ihr für falsche Freunde haltet. Shirley hat genau das Richtige gemacht und hat ihre wahre Freundschaften in anderen Menschen gesehen. Genauso wie ich. Meine wahre Freundschaft ist eine einzige WhatsApp-Gruppe. Ist eine einzige WhatsApp-Gruppe. Da werde ich die Nummern jetzt abdecken. Hier, meine eigene WhatsApp-Gruppe. Weil da sind Nummern auch dabei. Die sind sehr, sehr, sehr privat. Und die werde ich da nicht mit anzeigen. Ich weiß, ich habe gerade ein paar Richter als Hintergrund gesehen. Das ist halt, wie gesagt, einer meiner Lieblingsserien momentan. Gucke ich ziemlich gerne. So wie ich aber auch diese Filme gerne gucke. Das ist nämlich Outlander. So sieht das erste Cover aus. Und so das zweite. Aber ihr Lieben, ganz ehrlich, ich finde es einfach nur dreist, wie ihr mit uns überhaupt umgeht. Ich finde es einfach nur scheiße. Weil ihr wisst nämlich nicht, wie wir uns dabei fühlen. Natürlich verletzt es uns. Nur, natürlich sind wir außen stark, um auch Videos zu drehen. Natürlich, ich habe nicht viele Abonnenten, aber ich habe nur 29 bis 30 Abonnenten. Aber trotzdem, ihr Lieben, ich finde es einfach nur dreist. Dreist bis zum Abwinken. Warum lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe? Warum guckt ihr uns überhaupt an, wenn ihr uns doch nicht mögt? Das ist mein vollster Ernst. Wisst ihr, was ich meine? Weil die Shirley, ich kann die Shirley vollkommen verstehen. Ihr Lieben. Und es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Dafür danke ich dir auch Shirley. Und wenn ihr ein separates Video dazu haben wollt, dann gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben. Zu diesem Thema YouTube, Hate und, und, und. Weil, das kann es echt nicht sein. Überhaupt nicht. Ihr Lieben, überhaupt nicht. Und ich möchte auch nicht, dass Shirley wegen ihrem Fleck, was sie da unten oder sowas hat. Oder irgendwo anders in irgendeinem Fleck hat. Dass es auch entweder krankheitsbedingt ist. Oder, dass es was anderes ist. Anstatt einmal, äh, sich darüber nachzulachen, äh, darüber kaputt zu lachen. Und sie sagen, boah, du bist voll hässlich. Du hast da so einen komischen Fleck da unten. Äh, äh, wisst ihr, das, 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 ich krieg das nicht in die Birne rein. Es tut mir leid. Ich krieg das absolut gar nicht in die Birne rein. Und, ich find's einfach nur scheiße. Anstatt einmal die, sorry. Anstatt einmal einfach mal die Klappe zu halten. Nein. Es müssen natürlich Kommentare hinterlegt werden. Äh, nicht hinterlegt, hinterlassen. Es müssen solche Kommentare hinterlassen werden. Seid ihr noch ganz klar in der Birne? Das ist mein voller Ernst jetzt. Wir brauchen keine negativen Kommentare. Wir können Kritik auch annehmen. Nur Kommentare wie, du bist hässlich, du bist dumm, boah, du bist voll ekelhaft und... Leute, ganz ehrlich, das geht echt gar nicht. Das geht so überhaupt nicht. Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Für Story, I'm sorry, Leute. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu überhaupt noch zu sagen habe. Überhaupt nicht. Ich bin einfach nur noch fassungslos. Ich bin richtig fassungslos. Dass einige Menschen sowas auch wirklich jemandem antun können, das geht gar nicht. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video ganz gut gefallen. Ich frage mich eigentlich, warum ich jetzt gerade das hier mache. Aber egal. Ähm. Schellies, der Video wird unten in die Infobox verlinkt. Keine Ahnung, was ist heute los mit dir? Das ist jetzt schon mein zweiter Versuch. Also, wundert euch nicht. Ähm. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Hab's vergessen. Ah. Schellies Video wird unten in die Infobox verlinkt. Marens Video mit der Aktion Traut ihr was zu. Wird auch unten in die Infobox verlinkt. Also, falls ihr dann auch mal Interesse an Marens Video habt. Ähm. Shirley hatte mich auch darum gebeten gehabt, dass ich dann, äh, ihr Video unten in die Infobox verlinke, beziehungsweise ihr Kanal. Und dies werde ich dann auch nachkommen. Und, ähm, ja. Ich werde dann auch Shirley Sue, glaube ich, in Doppelpunkt schreiben dann. Mal gucken. Ihr werdet es ja dann sehen. Und Shirley, bitte verwende nicht mehr Nachnamen, sondern einfach nur meinen Kanalname, falls du dir das Video erzählen solltest. Bitte nicht mehr Nachnamen, weil das geht niemandem was an. ST ist einfach nur die Abkürzung von meinem Nachnamen. Du weißt ja, wie ich meinen Nachnamen heiße. Facebook macht's möglich halt, ne. Ähm. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, ähm, ja, könnt ihr liebend gerne ein Abo hinterlassen. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt mit ernsteren Themen, bitte, bitte, bitte unten in die Kommentarbox oder mit einem Daumen nach oben, mir das dann auch so zeigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Was dann natürlich am Samstag gedreht wird. Am Samstag, ähm, am Samstag, am Sonntag wird es dann verarbeitet bzw. bearbeitet und dann am Montag danach dann hochgeladen. beziehungsweise ich lasse es dann über Nacht hochladen und, ähm, ja, bis dahin habe ich auch einen kürzeren Pony, weil ich habe dann noch einen Friseurtermin, meine Stimme kackt voll ab. Meine Stimme ist gerade voll abgekackt, aber egal. Ähm, das wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin sage ich dann Tschüss!